Cheers, Freunde! Ich hab mich gefragt, ist Social Media peinlich? Bimbal Rhythms start to play, dance with me, the lazy ocean helps the shore Doch, ja, beeindruckend routiniert. Das würde ich an der Stelle auch filmen. Genauso wie folgendes Abendmahl. Abendessen für Schatzi, es gibt Hawaii-Toast, ein bisschen Pommes dazu. Ob er davon satt wird oder daran erstickt, das erfahren wir dann im nächsten Video. Sagt mal, kennt sich Lehrer eigentlich überhaupt mit TikTok aus? Playing this song to see what my teacher will do. Don't forget! We play that! Dem würde ich an der Stelle auch mal Kicks kaufen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich mein Leben so gefügt habe, dass ich nicht auf diesem Boot sein musste. Ich hab mal ne Frage. Kannst du deine Fresse halten? Erstmal betrunken shoppen gehen. Willkommen meine Freunde zu Noah geht angesäffelt shoppen. Auf geht's meine Freunde. Findet ihr, wie steht die Brille? Ja, doch, die Brille steht ihm. Und wenn es mit TikTok genauso weitergeht, dann zeige ich euch sehr, sehr bald meine Latte. Ja, doch, die Brille steht ihm.